Hey Leute, hier ist ihr wiederhobner und der Benni von DieBuddiesZockn und heute gibt es eine neue Folge Bad Wars mit einer Challenge und einem Gast und ja, ich würde sagen, zuerst stelle sich mal der Gast vor. Hallöchen, ich bin der Beatz. Jo, Beatz ist wieder mal dabei und Benni, Challenge erklären? Let's go! Genau, wir wollen nämlich heute die Villager der Gegner einbauen mit Eisenblöcken und Enderkisten, damit sich die nichts mehr bauen können. Das heißt, die müssen dann zuerst mal die Blöcke mit der Hand abbauen und zum Beispiel eine Enderkiste dauert zwei Minuten, also dauert bis zu zwei Minuten, um die mit der Hand abzubauen. Das heißt, es wird, glaube ich, richtig cool werden, wenn sich die dann nichts mehr kaufen können und ja, das ist heute unsere Challenge und ja. Ja, also das wird richtig geil, vielleicht bringen wir dann den einen oder anderen Gegner zum Quitten. Mal gucken, wie das wird. Ja. Müssen auf jeden Fall als erstes in der Mitte sein. Ja, okay, gut. Ähm, und dann das ganze Gold snacken, ne? Ja, genau. Denn Enderkests kosten ja Gold, oder? Ja, genau. Die kosten ein Gold pro Stück. Da brauchen wir einige, aber sollte, glaube ich, hinhauen. Also, ja. Könnte auf jeden Fall dann relativ lustig werden. Okay, ich hab schon mal 8 Gold. Perfekt. Aber kann mir einer mal gleich mitkommen? Ich weiß nicht, hier kommen, glaube ich, Gegner nicht, dass einer gleich ein Schwert hat. Ja, warte, ich komm schon wieder. Ich lauf lieber zurück. Mach am Anfang mal zwei Bögen aus denen. Drei Bögen? Ja. Und ich hol dann das ganze Gold für die Enderkisten. Alles klar. Hört sich schon mal nach einem Plan aus auf jeden Fall. Plan aus? Okay. Plan an. Übrigens. Okay. Wollt ihr beiden die Bögen haben? Äh, ist egal, ist egal, ist egal. Ich hab auf jeden Fall wieder vier Gold. Wie viele brauchen wir für die Villager? Die stehen eigentlich optimal. Wir brauchen sechs Eisenblöcke und danach... Gehen wir uns da einfach mal die Enderkists. Genau. Wie viele kosten Eisenblöcke? Kosten drei Eisen, okay. Das heißt, wir sollten uns fast zuerst eine zweite Base holen oder wollen wir das wirklich bei allen Gegner machen? Das machen wir bei allen. Das wird easy. Ach ja, hier ist man ja auch Gold. Genau. Genau. Okay, warte ich. Hier hast du schonmal... Hier hast du schonmal einen Bogen und einen Pfeil. Okay. Ja, ich hab nochmal vier Gold dann. Wir könnten dann sonst noch einen Bogen machen oder das für Enderkisten verwenden. Ja, genau. Ich glaub ich hätte eigentlich schon acht Enderkisten dann. Okay, dann mach ich dir einen Bogen auf, ne? Okay, perfekt. Dann haben wir alle drei einen Bogen und dann können wir eigentlich schon angreifen. Oder? Ja. Genau, können wir uns. Eigentlich schon, ja. Ja, Eisenblöcke bräuchten wir vielleicht noch. Oder wir machen Spinnennetze, die dauern ähnlich lange. Ich würde sagen, wir machen Spinnennetze, weil Eisenblöcke sind schon relativ wertvoll, oder? Aber, kann man durch die Spinnennetze nicht den Villager anklicken? Ne, kann man nicht, Leute. Ne. Das ist perfekt, also. Dann mach ich mal einen neuen Enderkisten. Mal gucken. Ja, perfekt. Dann noch Spinnennetze wären noch geil. Warte, ich werfe dir den Bogen hin. Ja. Also Bett bauen wir nicht. Wir versuchen die zum Rage-Spitten zu bringen. Übrigens, einfach so. Also, dass keine Eisenblöcke kaufen? Ne. Wir machen einfach Spinnennetze. Ist billiger. Billig, billig, billig. Okay, ich hab vier Spinnennetze. Wie viel habt ihr? Ich hab noch keine. Ich hab auch noch keine. Ich hab ein bisschen gefarmt oben. Ähm, gut. Warte ich noch auf so, keine Ahnung. Wovie brauchen wir? Neun, zwei, zwei, zwei. Also, ich glaub wir werden schon beschossen, oder? Ja. Da schießt dann auf uns. Gib mir mal das ganze Bronze von euch. Ja. Oh ja, ja, das sollte reichen. Da können wir uns gönnen. Okay, ja gut. Ich hab jetzt zehn Spinnennetze und neun fucking Endochests. Ich würd sagen, wir greifen die ersten Gegner an. Ab in die Mitte. Ja. Passt, ich komm mit. Ich komm auch. Oh, da fällt ein zwei. Perfekt. Können wir einen abstauben. Let's gooo. Oh, da ist ein neuerger. Lass grünglich attackieren. Okay, ja, du gehst auf grün. Ich komm mit. Hatte. Bin jetzt in der Mitte. Okay, ich bin jetzt da. Da ist ein roter. Achtung, da kommt ein roter. Ich hol den. Um zwei roter. Ich helfe dir ein bisschen. Okay, der ist tot. Gut. Gut, gut, gut. Ich bin jetzt in der Base. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Lass zu grün gehen. Ja, okay. Ich geh auf. Oh, Gott. Ich baue jetzt gerade ein. Achtung, da kommt einer. Warte. Wir müssen deren Kiste abbauen. Oder alles rausnehmen, was die da haben. Und jetzt in der Kiste. Die sind alle drei oben. Die sind alle drei oben. Der kommt runter. Ich baue es bei ihm. Oh, Gott. Wie soll. Oh, Gott. Come on. Okay, der ist down. Ich baue einfach. Achtung, wie ein behindert er das ein. Oh mein Gott. Diese Verschwendung. Oh, Gott. Wir bauen noch mehr Gold. Habt ihr Gold? Nee, warte. Ich hab kurz ein. Achtung, da kommt Gelber mit oben. Da ist vielleicht noch was bei denen. Ich nehm. Warte. Ich kann mir gar nichts kaufen jetzt mehr bei den Villager, oder? Die haben da oben noch. Nee, ich kann mir nichts verkaufen. Hier kannst du nichts kaufen. Scheiße. Lass alle grün töten. Lass alle grün töten. Einfach töten. So, und jetzt lass die. Lass die mal in Frieden. Wir sollten uns auf jeden Fall ein bisschen Zeug holen. Ich baue das jetzt noch weiter zu. Oh, eine ist gequittet. Okay, nice. Da ist schon die erste gequittet. Das ist gut. Der kommt auf jeden Fall nicht mehr so leicht zu dem. Der will jetzt gehen. Die kommen jetzt nicht mehr dahin. Oh, Gott. Wir dürfen auf jeden Fall nichts in die Ender Chests legen. Ich geh in die Mitte. Boah, wer ist gerade bei uns runter geflogen? Mich hat dann mit dem Bogen runter geschossen. Ich dachte schon. Oh, Gott. Oh, Gott. Was mache ich? Die spawnen hier die ganze Zeit und können nichts machen, weil ich sie töte. Ja, warte. Nicht töten. Nicht töten. Ja, deren Bett ist nicht abgebaut. Ja, das ist ja egal. Lass die. Lass die einfach. Die können gewinnen, weil die nicht zu ihrem Villager kommen. Oh, Gott. Nein. Komm in die Mitte wieder. Ja, ich komme zurück. Pass auf, da ist auf jeden Fall einer. Pass auf, dass ihr nicht runter geschossen werdet. Oh, wie der einfach ein Eisenschwert hat. Läuft bei dem. Alter, Alter, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Pass auf. Läuft bei dem. Oh, Gott. Der hat mich gekillt. Schnell hol in dir. Aber ich habe ihn, ich habe ihn. Nice. Der hatte nicht mehr so viel. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Gold für Ender Chests. Richtig viele Ender Chests. Also sammeln ein bisschen Gold in der Mitte. Ja. Dann gönnen wir uns wieder. Ja, ich bin heute in der Mitte und sammle das ganze Gold hier. Ja, ja. Ich habe ja auch Rüstung und so weiter. Und muss jetzt aufpassen, dass keiner von den Seiten oder so kommt. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Perfekt. Ja, perfekt. Dann gönne ich mir jetzt noch kurz was. Kommen wir auch in die Mitte. Oh, ich bin gespannt, ob Grün gerade das abbaut und dann wieder was kaufen kann. Ich glaube nämlich schon. Alter, wir waren zu dritt beim anderen Team und unser Bett steht einfach immer noch. Ja, stimmt. War ein bisschen glücklich. Warte, ihr könnt mal zu Grün rüberschauen. Wie sieht es bei Grün aus? Was machen die gerade? Wir werden die versuchen, die Blöcke abzubauen. Der hat. Ich habe eine Endertruhe hier abgebaut. Okay, nice. Läuft. Ich habe neun Gold. Ich mache mir auf jeden Fall wieder ein paar Spinnennütze. Ja, die bauen das da ab. Ja, ich sehe es. Warte, killt die mal, dass die dann nicht mehr abbauen können und bauen wieder was dazu oder so. Wenn ihr was habt. Die Endertruhe sind einfach immer noch da. Ne, die bekommen die nicht weg. Ja. Mega nice. Richtig nice. Oh shit. Die haben gar kein Stuff mehr. Das ist gut. Genau so soll es laufen. Das war der Plan. Das war der Plan. Okay, 13 Gold. Soll ich noch ein bisschen was fahren oder soll ich schon zurückkommen? Warte, die Endertruhe sind schon alle weg oder was? Ne, ne, die sind alle da. Okay, ich sehe dich von der Entfernung nicht. Du musst näher rangehen, sonst siehst du das nicht. Ah, ich denke mir gerade so. What? Alles weg. Läuft. Wie viel Gold hast du, Beats? Ich habe 13. Oh, da ist noch alles da. Die haben noch gar nichts wegbekommen davon. Ja, ja. Mega nice. Wie viel hast du? 20 Gold? Ja, 35.000. Oh, oh, okay. Jetzt habe ich 16. Okay, gut. Da kommen zwei. Pass auf. Warte, schieß mit dem Bogen. Bei der grünen Base hat es schon relativ gut funktioniert. Mal gucken, ob das bei den anderen auch noch klappt. Das wäre nice. Okay. Hat der kein Knockback? What? Ich werde von einem Knockbacksteak gekillt. Nein, nein, nein. Scheiße. Oh Gott. Okay, ein grün ist noch gequittet. Noch gequittet. Oh, der andere. Achso, der ist gestorben. Na, mal gucken, ob der jetzt auch noch quittet. Ja, wäre auf jeden Fall geil. Beats, komm auf jeden Fall in die Base und dann lass richtig viel Enderjets machen. Ja, ich habe jetzt 20 Gold. Oh, ich habe vier Gold noch. 24 Enderjets. Let's go. Das nächste Team abfalten. Das reicht fast für zwei Teams. Komm, das machen wir jetzt. Das ist perfekt. Die Taktik, Leute. So könnte die Gegner ein bisschen zum Ragen bekommen. Ja. So. Und der andere Grüne versucht, das wieder abzubauen. Als nächstes gehen wir zu Gelb. Ja, ich brauche auf jeden Fall das ganze Gold, Beats. Komm. Ja, ich komme jetzt zu unserer Base. Ich habe noch die letzte Ladung. Seien wir jetzt ein. Jetzt habe ich 24. Und jetzt komme ich zu unserer Base. Wo ist denn die? Ja, und ich pass... Oh mein Gott, ich werde runtergeschossen. Von dem Roten. Nein. Oh. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal neun Spinnnetze wieder. Das reicht für das erste. Ja. Ich greife mir Beats einfach an. Ja, mache ich das. Beats, du hast einen Bogen, oder? Ich habe einen Bogen, ja. Perfekt. Ich finde gerade, ich weiß nicht, wo ich hin muss zu unserer Base. Und da ist zugebaut. Genau. Da kommen welche. Ich würde sagen, wir gönnen uns die Gelben. Ja. Die wollte ich uns... Komm. Wir rennen die ganze... Hast du schon Chests, oder so? Ne, ne, die. Besorgen wir uns dann drüben bei denen. Okay. Auch ne Idee. Wie viel Gold hast du? Ich habe vier Stück und vier Ender Chests. Okay. Insgesamt haben wir dann 28. Let's go. Der hat ein Eisenschwert. Der hat ein Eisenschwert. Woher hat der das Gold? Warte. Oh, wir werden von der Seite abgeschossen. Von dem Roten. Pass auf. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Nicht, dass du stirbst. Nee, ich versuche mein Bestes. Geh ganz zurück, geh ganz zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Wir brauchen die Ender Chests. Komm schnell zurück, 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 zurück. Wir brauchen die Ender Chests. Ja, warte. Jetzt können wir ja von der Seite angegriffen werden. Komm hier hin. Du lässt die Boots beim Einbau. Ja. Der Rote ist... Bis wir wieder vollgerackt sind und dann laufen wir hin. Ja. So, ich bin dann auch gleich wieder in der Mitte. Ich helfe euch. Warte, ich geh ein bisschen nach vor. Ja, pass auf, das ist nicht wieder der eine von der Seite. Ich schieße auch. Oh shit, ich baue mich nach oben. Ein bisschen höher. Oh Gott. Oh fuck. Okay, oh Gott, du hast das überlebt. Das war knapp. Ja. Jetzt musst du den da unten noch töten. Der hat glaube ich das Eisenschwert, oder? Ja, und eine gute Rüstung. Ja. Und ich werde von der Seite von dem Bogen abgeschossen. Komm drüber, komm drüber, komm drüber. Ich brauche mich jetzt. Ich bin da, ich helfe dir. Okay. Spring du vor. Und dann Lins, go runter. Ja. Ja. Den haben wir. Was, bist du runter? Nein, ich bin hier. Komm, 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 hoch. Bauch, 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 bauch. Alter war das knapp. Töte sie erstmal, töte sie erstmal. Ja, ja, die sind alle tot, die sind alle tot. Ich bin auch für euch. Perfekt. Komm, komm, gib mir das Gold, gib mir das Gold. Gib mir das Gold. Ja, ich komm jetzt, ich komm jetzt. Komm, gib, gib, gib. Ja, warte, ich geb sie unten. Weil da keine Gegner sind. Okay. Oh, was sind die Gegner? Töte sie, töte sie. Benny juckt dich nicht, oder? Was? Ja, er schaut einfach vor dir. Da ist das Gold. Nein, er darf sich einsammeln. Oh, ich hab's. Ich hab's. 28 Gold. Oh, shit. Alter, er hättest du fast eingesammelt. Ich glaub, er hätte die kompletten 28 Gold eingesammelt. Oh, shit. Warte, so, Leute. Oh, warte, geht weg. Ich bin weg. Pass auf, dass die jetzt noch nicht kommen. Ich, ich, ich töte sie so lange. Achtung, nicht, dass ihr die runterwirft. Ich helfe dir. Perfekt. So. Die dürfen erst runterkommen, wenn wir, wenn wir die ganzen Sachen zugebaut haben. Ja, die, die, die wird jetzt zugebaut. Also, okay. Warte, der kommt wieder, der kommt wieder. Okay. Oh, Gott, wir haben so viele Ender Chests, einfach. Huh. Ähm, haben wir gesagt, dass wir viele Ender Chests haben? Ja, gut, das haben wir. Oh, Gott, oh, Gott. Ich werd von hinten geboxt. Nein, mein Goldschwert ist kaputt. Oh. Oh, shit. Warte, ich baue da einfach. Oh, danke, dass du runter springst. Ich baue einfach noch gemütlich weiter. Warum nicht? Doch, ich glaub nicht, dass da doch jemand an die Enderkisten kommt. Ne, ich denk immer nicht. Oh, Gott. Okay, dann gehen wir jetzt weg. Oh. Ja, würd ich auch sagen. Pass auf, pass auf. Warte, eine platziere ich noch. Oh. Lass mich. Ne, wenn die nicht notwendig ist, dann können wir die für die andere Base noch. Egal, egal. Ich hab noch elf Stück. Hallo. Ach so. Oh. Alter. Da noch eine. Gönnen wir uns einfach. Hallo, wir können platzieren. Wir können uns ein bisschen. Okay, da ist ein. Oh Gott. Der Gelbe fuckt ein bisschen ab. Grüner. Komm, geh weg. Los, ich muss wieder weg. So. Und jetzt noch ein Team, das wir einbauen sollten. Der Grüne hat sich, glaub ich, wieder zurück. Oder? Der hat sich, glaub ich, befreit. Okay. Live Beam. Bin mal gespannt, ob das die andere nicht schaffen. Okay. Wie viel Gold habt ihr? Ich hab vier. Ich hab keins. Bin gestorben. Okay, dann töte ich jetzt mal den Grünen. Obwohl, ne, warte, der kann gar kein... Ist der schon beim Villager? Ich glaub schon, dass der sich durchgebaut hat. Oh, der hat sich da bei dem Spinnnetz durchgebaut, oder? Hab jetzt acht Gold. Hab jetzt acht Gold. Ja, der hat sich da durchgebaut, oder? Alter, ich hab kein Essen mehr. Ja. Der kann wieder... Ähm, Team Rot müssen wir noch, ne? Ja, warte, ich lösche kurz noch den Grünen aus. Ich geh grad vor Team Rot, also nicht direkt vor Team Rot, aber... Oh, ich hab keine Spitzöcke. Und... So. Das heißt, ein Team bauen wir noch zu, und dann ist alles beleidigt. Ja, ich glaub, Gelb wird jetzt wirklich ein bisschen brauchen, um zum Villager zu kommen. Ja. Also, da haben wir keine Sorgen, auf jeden Fall. Aber die Roten sind, glaub ich, noch gefährlich. Die haben, glaub ich, alle einen Bogen. Okay. Ja, die haben... Die sind alle... Aber die campen ein bisschen. Ja. Die haben aber alle eine Chesspate und einen Bogen. Alter, ich bin gleich down. Pass auf, nicht sterben. Drei Herzen. So, Grün hab ich auf jeden Fall jetzt mal rausgelischt. Unser... Ey, unser... Unser Bett. Was? Ah, ne, das ist Team Grün. Ne, ich dachte schon, Alter, ich hab mich richtig erschreckt. Holy shit. Ich sag euch, dass ich's abgebaut hab, aber Juk dich nicht. Ich hab das nicht gehört. Ja, Juk dich. Okay, ich bin hier immer noch in der Mitte, könnte mir, könnte mir ein bisschen helfen kommen oder so? Bin hier, bin da. Kein Ding für den King. Hast du was zu essen für mich, bitte ich brauche Essen. Ja, klar genug. Ich hab drei Herzen. Dankeschön. Wie viele Gold-Dinger haben wir für Endergests? Da. Ich glaub, in unserer Kiste liegen noch zwei Gold. Oh, 15. Gib mal gleich das Gold. Gib mal Gold. Ja, hast du was Gold? Gehen wir gleich rüber zu denen. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Achtung, hält uns Geld, 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 Geld. Seid ihr denn nicht, Juk dich nicht. Juk dich nicht. Eine ist schon gequittet, die anderen machen gar nichts. Die können auch nichts machen. Ja klar, Alter, die brauchen zwei Minuten, um eine Endergest abzubauen. Wir haben locker 15 eingebauten. Ja. 30 Minuten abbauen, GG. Okay. So, ja, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt den letzten. Eine Enderperle oder so wäre auch nicht schlecht. Ja. Warte, warte, lass mich mal durch, Benni. Achso, ich wollte kurz für die geltenden Weg blockieren. Ja, aber ich will durch zu unserer Base. Mein Gott, da wird der Rote da, der fackt ein bisschen ab. Der Rote? Welcher? Der, der was die ganze Zeit im Headglitch da in der Base sitzt. Ja. Warte, 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 warte. Ich gönne mir auf jeden Fall das Zeug. Ich habe ihn getroffen. Ich habe Spinnnetze in der Nie. Blue Hacks. Ja, gut. Ja, haben wir gesagt, dass wir hacken. Wir haben die Overhacks auf jeden Fall. So. So, ich habe auf jeden Fall jetzt richtig viel zu hoch, also. Benni, pass auf, dass sie sich nicht runterschießen. Ja, ja. Ich hoffe einfach auf mein Glück. Ich geh mich mit einer Enderperle rüber. Doch, der schießt, der schießt. Komm. Moni. Oh, perfekt. Da ist wieder der Gelbe. Das läuft bei denen. Die haben gar keinen Bock zum Abbauen. Ne, der läuft einfach immer wieder in die Mitte. Und der andere auch. Ich habe eine Enderperle. Okay, gehen wir jetzt gleich mal zu Rot. Ja. Ja, warte. So. Ohne Witz. Die stehen da die ganze Zeit und schießen mit ihren Fallen. Und die haben ein Eisenschwert da auch. Ja, okay. Die haben da auch. Natürlich nicht so gut. Was, Rot hat Eisenschwerter? Was? Achtung, warte. Die gelben natürlich wieder in die Mitte. Nicht so lecker. Pass auf, die kommen, die kommen, die kommen. Die gelben gehen in eine andere Base. Ja, ja, die hol ich. Die roten, die hol ich. Holst du dir? Okay, gut. Wo bist du, Beatz? Ich bin bei den roten. Okay, warte. Ich porte mich rüber mit einer Enderperle. Ja. Ich bin drüben. Perfekt. Ich komme auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Let's go. Schnell, Beatz. Lass mitgehen. Okay, gut. Oh, die haben alle Eisenschwerter. Fuck. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Warte. Lauf weg. Ich bin so tot. Nein. Die hatten hier eine Falle. Die hatten hier eine Falle. Warte, ich bin oben. Langsam. Oh Gott, oh Gott. Ich werf die runter, ich werf die runter. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich hab's überlebt. Warte, einer kommt noch. Also sehr schön. Gut. Ich hab die. Oh shit. Oh shit, ich springe auch noch runter. Alle tot? Alle tot? Ja. Warte, ich nehme alles raus aus einer Kisten. Ja, ich spawnkele die so lange, damit die nicht runterkommt. Oh nice. Perfekt. Oh Gott, what the fuck. Oh Gott, what the fuck. Was war jetzt intens. So, da mal eine in der Kiste. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist herrlich einfach. Mal gucken, ob die dann quitten. Ja. Ja, ich mach da noch ein. 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 Nein, ist schon geläftet. Einer von Rot ist schon geläftet. Oh nice. Perfekt. Oh shit. Wir haben mal wieder getrolled. Oh shit. Alter. Mega nice. Da noch ein Spinnennetz. Warte, wo baue ich jetzt weiter? Sag mal Bescheid, weil ich töte sie jetzt die ganze Zeit. So, wir müssen aufpassen. Ich glaube unser Bett ist gleich da. Ich glaube der Gelbe hat es geschafft, dass er durchläuft. Okay. Ja, mir egal. Hallo. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist mir egal. Alter, die haben mich gleich mit der Hand tot. Ja, warte dann geh weg, geh weg, geh weg. Ach du Bett ist da und nicht. Wir sterben jetzt. Alter, zwei Herzen, zwei Herzen. Komm, lauf, lauf, lauf. Du hast keine Rüstung mehr. Lauf einfach in eine andere Base oder lauf in die Mitte. Nein. Weg, weg, weg. Wir stecken in eurem scheiß Spinnennetz. Ach was. Döße sie. Ja, ja, sie sind tot. Keine Sorge. Ich hab die. Alles im Griff. Go. Sehr schön. Stirbt doch alle. Okay, jetzt lauf ich aber auch. Okay, jetzt. Jetzt unbedingt nicht runterfallen. Oh shit. Ich hab Angst. So. Jetzt können sich die mal um ihre Base kümmern. Wir löschen jetzt einfach mal Gelb aus, würde ich sagen. Okay, ja. Weil die laufen ohnehin nur rum. Die haben sowieso gezeugt. Die haben in unserer Base wahrscheinlich jetzt das ganze Zeug gemacht, oder? Ah, stimmt. Also wir hätten unsere Base auch noch zubauen müssen. Warte, wo ist Gelb? Ich geh gerade zu Gelb. Äh, bei uns denk ich mal. Okay. Ne, bei uns ist keiner mehr. Da bin ich gerade kehrgekommen. Oh ne, die sind bei ihnen. Ach so. Ja, nice. Haben die das mittlerweile schon abgebaut? Oh ne, die bauen's gerade ab. Die haben's gerade probiert. Sie waren noch nicht fertig. Haben die immer noch kein Zeug gemacht? Ich hab noch immer nicht. Ich hab schon so eine Minute und 59 Sekunden daran gebaut. Und dann brauchst du. Warte. Warte. Warte, warte, warte. Kill den, ja. Ich bau das Bett ab. Boah, wie viel Kopp er denn einfach war. Ich hab 15 Gold auf einmal. Nice. Ja, die haben mit den Ressourcen nicht so viel angefangen. Hm, ne. Ja, warte, ich hab eine bessere Spitzhacke. Geh weg. Ja, warum? Das sind Kisten. Geh weg. Ach so. Wollen wir nicht. casting. Okay, da ist natürlich jetzt was Anderes, aber der einer ist im those. Das geht doch so. Ach, alles down, perfekt. Tötet ihn. Sehr schön. Waren beide da oder was? Einer habe ich getötet. Wo ist der Fabienne der andere gelbe? Nö, ist ja, beide tot oder? Nea, der eine lebt noch. Wo ist der andere gelbe? Warte, wir haben natürlich gleich Schafe, also da können wir dann gucken wo der ist. Team Rot, Team Rot hat wieder ein Schwert irgendwie. Was? Ja, von unserer Base wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Nee, der ist bei sich bei der Base. Oh, shit. Dann haben wir die Kollektion. Neu. Solange die die Gädenbogen haben, ist ja noch gut. Ja, die können... Ja, gut. Komm, lass die töten. Die bauen auf jeden Fall alle die Kisten ab und alles die Spinnnetze. Oh, die Spinnnetze haben die abgebaut. Deswegen. Nicht, dass euch die runterboxen. Und Achtung. Die haben alle Spinnnetze schon abgebaut. Vielleicht hat das... Ja, das wird der Typ mit dem Chat gemacht haben. Ja, man kann hier durchgucken mit dem Ding. Ja, warte, da war ein Spinnnetz. Mein Gott, da ist richtig viel Stuff in den Enderkisten drin. Ja, in der Enderkiste, ja. Ah, die haben das selber reingegeben. Irgendwie hat das Stuff in die Enderkisten reingegeben. Und jetzt haben... Oh Gott. Ist natürlich auch nicht schlecht. Alter. Wir müssen, wie gesagt, aufpassen, dass wir jetzt nicht sterben. Ja, ja, wir können die jetzt auslöschen, würde ich sagen. Lass die einfach töten. Let's go. Einfach killen, einfach killen. Ich baue das Bett ab und ihr killt die. Okay. Die haben wieder Kisten da. Läuft bei denen. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Challenge gewesen. Fakten, die gehen noch ein bisschen ab. Man könnte es natürlich noch besser zubauen. Ein paar sind ja geläftet. Ja, ja. Genau. 50 Grad. Ja, egal. Den haben wir. Lauf durch. Komm. Null bei uns. Let's go. Let's go. Der Letzte. Bitch, please. Ich erweise die Tiere, ihn zu töten. Was? Also, warte. Komm, ne. Lassen wir den Hauner? Oh. Ja. Ja. Wie sollen wir ihn töten? Ja, komm. Nee, warte. Mit einem Schaf. Warte. Oh, was? Ich wollte einfach in einem Schaf rein platzieren. Könnt ihr? Oh. Oh mein Gott. Alter. Du an den Klippen landest. Hoffentlich stirbt er jetzt. Ja, hoffentlich. Explodiert. Nee, warte. Der hat ein Schwert. Der wird das wahrscheinlich überleben. Aber der kommt da nicht mehr raus eigentlich. Der ist da reingefallen und kommt nicht mehr raus. Oh. Oh, oh, oh. Er rennt. Töte dich. Dann schießt er runter. Oh, nee. Warte, warte, warte. Oh Gott. Was macht er? Stirb einfach. Komm. Egal. Der soll sterben. Oh Mann. War auf jeden Fall eine lange Runde. Challenge ist auf jeden Fall geil. 21 Minuten. Oh shit. Ja, war erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben zumindest ein paar Gegner zum Rage-Quitten gebracht. Ja. Er ging in Trayvon. Läuft bei ihm. Also Leute, ihr könnt auf jeden Fall bei Beats vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann spritzt mir wieder den Like-Button ab. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.